Wird der neue Bundestrainer schon früher präsentiert wie erwartet? Zumindest gibt es aktuell neue und auch positive Entwicklungen, was den Namen Julian Nagelsmann und eine Zusammenarbeit mit dem DFB betrifft. Offiziell soll die Suche nach dem neuen Bundestrainer ja erst morgen am Mittwoch beginnen, nach dem Länderspiel gegen Frankreich. Aber wie die Bild berichtet, hat man sich seitens DFB in Person von Hans-Jorim Watzke schon beim FC Bayern nach Julian Nagelsmann erkundigt. Zunächst einmal, ob die Münchner ihn überhaupt aufgrund ihrer Erfahrungen mit ihm ihn für einen geeigneten Bundestrainer halten, was so ein bisschen schwierig ist. Ich meine, sie haben ihn ja entlassen, aber vielleicht haben sie es ja mittlerweile bereut, auch wenn es das aus dem Vereinsumfeld so nicht unbedingt heißt. Dennoch ist diese Frage natürlich eher uninteressant, denn für den DFB wäre er so oder so interessant, egal was die Verantwortlichen vom FC Bayern da jetzt antworten. Viel interessanter ist natürlich der wichtigste Aspekt, ob und unter welchen Bedingungen sie ihren Ex-Trainer überhaupt abgeben würden, der ja bei Bayern noch bis 2026 unter Vertrag steht, auch wenn er derzeit natürlich freigestellt ist. Und die Antwort der Bayern stimmt den DFB zunächst einmal positiv, denn so würde man grundsätzlich auf eine Ablösesumme für Nagelsmann verzichten, im Gegensatz zu Verhandlungen mit anderen Vereinen. Also wenn jetzt zum Beispiel PSG ihn hätte holen wollen, hätte man da eine Ablöse gefordert. So verzichtet man darauf. Allein das ist ja schon mal ein guter Move der Bayern, wenn man bedenkt, dass es einfach für die eigene Nation hinsichtlich der Heim-EM einfach eine sinnvolle Lösung wäre. Und wenn man schaut, dann kann ihn auch Dortmund nicht mehr holen. Auch wenn man da eine hohe Ablöse verlangt hätte, hätte dann trotzdem die Gefahr bestanden, dass eben Nagelsmann Bayern schadet, was jetzt mit der Nationalelf eigentlich nicht der Fall sein kann, außer er nominiert keine Spieler oder so oder zu viele. Aber auf ernst gemeinter Basis ist das natürlich eine bessere Lösung, auch wenn es finanziell schon so ein bisschen schmerzt, vor allem wenn man die Ablöse an Leipzig für Nagelsmann von rund 20 Millionen 2021 bedenkt, der ja damals auch nur mehr oder weniger deshalb kam, weil der vorherige Trainer Flick auch schon zum DFB abgewandert ist. Dennoch ist die Freigabe Nagelsmanns an zwei Bedingungen geknüpft seitens des FC Bayern. Erstens wäre das, dass der DFB endlich das versprochene Ablöseländerspiel einlöst, das eigentlich schon für die Abgabe von Flick zugesagt worden war. Also ein Testspiel zwischen dem FC Bayern und der Nationalmannschaft hört sich kurios an, bei dem dann aber auch die kompletten Einnahmen an den FC Bayern gehen sollen. Und die zweite Forderung ist dann dennoch nochmal in finanzieller Hinsicht, auch wenn man keine Grundablöse zahlen muss, so muss man dennoch ein bisschen finanziell in die Tasche greifen, denn der DFB soll die kompletten Gehaltsforderungen Nagelsmanns übernehmen. Bei Bayern stehen dem Ex-Trainer noch fast drei Jahresgehälter bis 2026 zu und bei einem angeblichen Jahresverdienst von bis zu 7 Millionen Euro würde Nagelsmann in seiner Vertragslaufzeit noch auf geschätzt bis zu 20 Millionen Euro kommen können. Bayern ist da halt eben nicht bereit, Nagelsmann für die Bundestraineraufgabe abzufinden, noch wollen die Münchner Teile des Gehalts übernehmen. Dementsprechend müsste der DFB da eben für das komplette Gehalt aufkommen und ja, auch wenn man keine Ablöse an den FC Bayern zahlt, muss man dann eben die Kosten übernehmen und dann wird es finanziell schon auch ein bisschen happig, auch wenn es keine Ablöse ist, was das Ganze dann aber noch teurer gemacht hätte. Dementsprechend hat der FC Bayern sein Go gegeben, wenn die Bedingungen natürlich erfüllt werden, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht das allergrößte Problem und es liegt nun also nur noch an Julian Nagelsmann selbst und den DFB-Verantwortlichen, die ihn halt eben von der Aufgabe überzeugen müssen. Aktuell weiß man da nicht wirklich, inwiefern er Interesse hat. Ich kann mir irgendwie alles vorstellen, dass er da voll drauf brennt und man ihn gar nicht wirklich überzeugen muss oder dass er es auch kategorisch ausschließt, das jetzt in so jungen Jahren schon zu machen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er es machen sollte, denn das wäre auf jeden Fall eine gute Besetzung, auch wenn es schon so ein bisschen schwierig wird, dass er da seine Spielphilosophie noch umsetzt in der geringen Zeit. Generell hat er, ja, er hat Erfahrung, aber er ist dennoch recht jung und würde aber frischen Wind reinbringen in den DFB. Generell kann es nicht arg viel schlechter laufen wie aktuell. Finanziell müsste man halt schauen, da würde er auch ein Top-Gehalt beziehen, denke ich mal. Aber das Finanzielle bedrückt ja nicht uns als Fans oder Zuschauer, wie auch immer man es nennen will. Das drückt er nur beim DFB auf den Geldbeutel. Aber gut, im Endeffekt, das ist jetzt einfach die News. Der FC Bayern wäre bereit, ihn ohne Ablöse ziehen zu lassen und jetzt liegt es an Nagelsmann selbst. Ich würde mich freuen. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!